Ein Märchen von Helene Stöckel Der alte Mann vom Schlossberg Gelesen von Jasmin Stab Da war einmal ein kleiner Bub, der hatte blonde, flatternde Locken und ein rundes, rosiges Gesicht, aus dem ein paar blaue Augen gehell und fröhlich in die Welt blickten. Der Bub hieß Hans, aber seine Mutter nannte ihn gewöhnlich Herzenstrost, denn sie meinte, man brauche ihm nur in das liebe Gesicht und die freundlichen Augen zu sehen, um Trost für alle Sorgen zu finden. Sie hatte aber solch einen Herzenstrost auch nötig, denn ihr Mann, der Vater von Hans, hatte sich nicht lange an seinem kleinen Jungen erfreuen können, sondern war gestorben, als Hans kaum fest auf seinen dicken Beinen stehen konnte. Der Mutter hatte er nichts hinterlassen als das Häuschen am Waldesrand, mit dem kleinen Ackerland daneben. Aber sie war eine gar fleißige und geschickte Frau, die vom Morgen bis zum Abend nähte und spann. Die Leute im Dorf hatten immer Arbeit für sie. Ja, und für ihren Hans, der jetzt beinahe sechs Jahre alt war, fand sich auch schon allerlei Verwendung. Wenn die Müllerin, die auf dem Hügel dicht bei dem Häuschen der Mutter wohnte, in die Stadt gehen wollte und niemand hatte, der bei ihrem Kindlein blieb, das noch in der Wege lag, dann holte sie Hans, und der wiegte, pflegte und fütterte es und spielte so lustig mit ihm, dass es gar nicht dazu kam, unartig zu sein, ob schon es sonst nicht eben zu den bravsten Kindern gehörte. Und wenn die Bäuerin, die auf der anderen Seite des Häuschens wohnte, mit ihren Leuten auf dem Feld zu tun und nicht Zeit hatte, sich um den alten Großvater zu kümmern, dann rief sie Hans zu ihm. Und Hans brachte ihm den Kaffee und stopfte ihm die Pfeife und sorgte so treulich für ihn, dass der alte Mann ganz vergnügt ward und seine Schwiegertochter, wenn sie vom Feld kam, ohne Brummen empfing, was etwas ganz Ungewohntes für sie war. Dafür ließen die Nachbarinnen unseren Hans auch nicht leer nach Hause gehen. Die eine steckte ihm die Taschen voll Äpfel und Birnen, die andere gab ihm ein paar Eier oder gar ein Säckchen Mehl für die Mutter mit, sodass er stolz wie ein König mit seinen Schätzen nach Hause kam. Aber auch sonst wusste Hans sich nützlich zu machen, so klein er war. Im Winter spannte er sich vor seinen Schlitten und holte aus dem Wald dürres Holz für die Mutter, so viel sie nur immer brauchte. Und im Sommer sammelte er Beeren und Blumen und trug sie in die Stadt. Und die Leute kauften dem kleinen Jungen, der sie so freundlich aus seinen blauen Augen ansah, gern ab, was er hatte. So lebten Hans und seine Mutter glücklich und zufrieden miteinander und brauchten keine Not zu leiden. Ja, es blieben ihnen manchmal sogar noch ein paar Pfennige übrig. Die steckte die Mutter dann in einen alten Strumpf, den sie sorgfältig aufhob. In diesem Winter aber war es ihnen nicht so gut gegangen. Erst war Hans krank geworden. Die Mutter hatte ihn gepflegt und hatte deshalb nur wenig verdienen können. Und dann ward die Mutter krank und konnte gar nichts mehr erwerben. Ein Sparpfennig nach dem anderen musste hervorgeholt werden, sodass der Strumpf schon ganz dünn geworden war. Jetzt war der Frühling da. Aber mit der Mutter wollte es noch immer nicht besser werden. Hans besorgte den kleinen Haushalt, so gut er konnte. Sehr gut aber war das gerade nicht. Und wenn er sich selbst auch nicht viel daraus machte, wenn die Mehlsuppe einmal zu dick geraten oder ihm sonst ein Unglück damit geschehen war, der Mutter hätte er gar zu gern etwas Besseres geboten. Heute war die Mutter besonders matt gewesen. Von der Suppe aber hatte sie nur gekostet. Sie hatte wohl gesagt, die Suppe sei ganz gut. Es fehle ihr nur an Appetit. Aber Hans wusste, dass ihm die Suppe angebrannt war und dass diese deshalb der kranken Mutter nicht schmecken konnte. Als er ganz betrübt darüber da saß, fiel ihm plötzlich etwas ein. Vielleicht sind die Erdbeeren schon reif, Mutter, rief er und lief mit seinem Körbchen in den Wald hinaus. Es war noch früh im Jahr und an den Stellen, wo er sonst die ersten Erdbeeren fand, waren diese noch hart und grün. Er lief aber immer weiter, bis er zu dem Schlossberg kam, dessen Gipfel mit grauem Gemäuer bedeckt war. Um seinen Fuß zog sich eine kleine Lichtung hin und dort unter den Ranken, welche die alten Baumstümpfe umwucherten, blickte es ihm rot von Erdbeeren entgegen. Voll Freude sammelte er die duftenden Früchte in sein Körbchen, bis es voll war. Dann setzte er sich auf einen Baumstumpf, um ein wenig auszuruhen. Da hörte er es in den Büschen vor sich rascheln und als er aufsah, erblickte er einen kleinen grauen Mann, der langsam auf ihn zukam. Aus dem Dorf konnte der Mann nicht sein, das sah Hans gleich. Er war in einen grauenfaltigen Mantel mit breitem Kragen gehüllt. Von seinem Gürtel hing ein großer Schlüsselbund herab und sein Gesicht, um das langes, dünnes Haar hing, war so grauenfaltig wie der Mantel, den er trug. Er hatte den Blick zur Erde gesenkt und sah so bekümmert und sorgenvoll aus, dass Hans mit seinem warmen kleinen Herzen ihn gern getröstet hätte. Er stand auf und ging leise auf ihn zu. Du findest wohl gar keine Erdbeeren? fragte er. Der Mann fuhr überrascht auf, als er aber den kleinen Buben mit seinen freundlichen Augen vor sich sah. Da flog es wie ein Sonnenstrahl über sein faltiges, graues Gesicht. Nein, sagte er. Ich habe keine Erdbeeren gefunden. Willst du mir vielleicht deine geben? Hans erschrak. Die waren ja für seine Mutter. Nein, sagte er hastig. Die muss ich meiner Mutter bringen. Sie ist krank, weißt du? setzte er zutraulich hinzu. Und die Suppe, die ich koche, schmeckt dir nicht immer. Und heute war sie noch dazu angebrannt. Aber wenn du willst, trage ich die Erdbeeren schnell nach Hause und suche dann andere und bringe sie dir. Du brauchst mir nur zu sagen, wo du wohnst. Ich wohne dort oben, sagte der Mann, auf den Schlossberg deutend. Und wenn du mir die Beeren bringen willst, so ist's mir wohl recht. Ich habe lange keine gegessen. Du brauchst nur den Weg hier empor zu steigen. Oben wirst du einen alten, verdorrten Lindenbaum sehen. Bei dem ist eine Tür. Komm nur unbesorgt herein. Ich werde dich erwarten. Hans nickte und bückte sich, um ein Hoflattichblatt zu pflücken, das er auf seinen Korb decken wollte. Als er wieder aufsah, war der Mann verschwunden. Er machte sich keine Sorge darum, wo er geblieben, sondern lief, so schnell er konnte, nach Hause. Dort fand er seine Mutter schlafend. Er schüttete die Erdbeeren in ein Schüsselchen, stellte es an ihr Bett, so dass sie es gleich sehen musste, wenn sie erwachte, und lief dann eilig zu der kleinen Lichtung am Schlossberg zurück. Bald hatte er sein Körbchen wieder gefüllt und stieg nun den Pfad zu dem alten Schloss empor. Er war noch nie oben gewesen, denn die Leute im Dorf erzählten sich allerlei unheimliche Dinge von dem alten Schloss, das einst hier gestanden hatte. Der Herr desselben sollte ein harter, grausamer Mensch gewesen sein, der die Wanderer, die am Schlossberg vorüberzogen, überfiel und mit sich schleppte, um sie so lange zu quälen, bis sie sich durch schweres Lösegeld loskauften, oder, wenn sie dies nicht konnten, bis sie in seinen schrecklichen Gefängnissen verschmachteten. Lange hatte Gott ihn gewähren lassen. Als er aber eines Tages seine ruchlose Hand auch nach einem Priester ausstreckte, der einem Kranken die letzte Tröstung brachte, da ließ Gott das Schloss mit dem Ritter und allen, die sein gottloses Leben geteilt hatten, in den Berg versinken. Nur von dem treuen Kastellan, der seinen Herrn oft gewarnt und zum Guten ermahnt hatte, erzählte man sich, er dürfe alle hundert Jahre einmal auf die Erde, um sich nach jemand umzusehen, der seinen Herrn erlöse. Hans hatte sich nie viel um die alten Geschichten gekümmert. Aber es wollte ihm doch etwas bange werden, als er nun ganz allein auf dem Berg stand. Auch kam es ihm sonderbar vor, dass jemand hier oben unter dem alten Trümmerwerk wohnen sollte. Auf den verfallenen Mauern lagen Eidechsen und Sonnten sich. Zwischen den grauen Steinen wucherten wilde Kräuter und dufteten im Sonnenschein. Große Libellen schwirrten darüber hin. Sonst war alles still um ihn her. Von einer menschlichen Behausung war nirgends etwas zu erblicken. Gerade in der Mitte des alten Schlosshofes aber stand der dürre Lindenbaum, von dem der Mann ihm gesagt hatte. Mutig schritt Hans auf ihn zu. Eine Tür sah er freilich dort nicht, wohl aber eine kreisrunde Öffnung, die mitten in den Berg hineinzuführen schien. Wenn das die Tür sein sollte, wie konnte er da hineingelangen? Da sah er ein Seil, das mit dem einen Ende an den Lindenbaum geknüpft war, während das andere in die Öffnung hineinhing. Das sah ja gerade so aus, als habe jemand das Seil für ihn angebunden. Er blickte eine Weile unschlüssig darauf hin. Dann aber fasste er sich ein Herz. Der Mann hatte so bestimmt gesagt, dass hier die Tür sei. Gewiss wartete er schon auf ihn. Er knüpfte sich das untere Ende des Seils ein paar Mal um den Leib und hing das Körbchen mit den Bären über den Arm. Dann hielt er sich mit den beiden Händen an dem oberen Teil des Seils fest und begann sich hinunterzulassen. Das Seil glitt ihm durch die Hände, schneller und immer schneller. Und mit einem Mal stand er auf einem Herd in einem altertümlichen kleinen Gemach. Oh, da bist du ja schon, begrüßte ihn der Mann, der an einem ganz mit Büchern bedeckten Tisch gesessen hatte und jetzt auf ihn zukam. Das ist recht, dass du Wort gehalten hast. Hör, sagte der Bub und sah sich, noch ganz verwirrt von der eiligen Niederfahrt, um. Das ist aber eine unbequeme Tür. Hast du keine andere? Ich gehe wenig aus, sagte der Mann und nahm dem Knaben die Bären ab. Alle hundert Jahre einmal. Da kommt's nicht so sehr darauf an, ob die Tür bequem ist. Alle hundert Jahre einmal? Hans ward ganz beklommen zumute. Am Ende war er gar in dem verzauberten Schloss und der graue Mann mit dem Schlüsselbund an der Seite. Das war der Kastellan, von dem die Leute erzählten. Ist es dir nicht zu einsam, so ganz allein hier unten? fragte er nach einer Weile schüchtern. Sehr unterhaltend ist es freilich nicht, sagte der Mann seufzend. Aber ganz allein wohne ich nicht hier. Vielleicht willst du dich ein wenig bei mir umsehen. Er nahm den Knaben an der Hand und trat mit ihm auf die Wand zu. Die tat sich auseinander und ein langer, schmaler Gang, nur schwach von einer Laterne beleuchtet, lag vor ihnen. Dann kamen andere Gänge, Treppen führten hinauf und hinunter. Sie schritten durch Zimmer und Kammern mit bunten Fenstern und seltsamem Hausrat. Endlich kamen sie in einen weiten, hohen Saal. Dieser war angefüllt mit Knappen und Dienern und gewappneten Leuten. In ihrer Mitte an einem kleinen Tisch saß ein Ritter in seiner Rüstung, das bleiche Antlitz tief auf die Brust geneigt. Sie schienen alle zu schlafen. Plötzlich aber fuhr es wie ein Schauer durch sie hin. Die Züge verzerrten sich und mit angstvoll aufgerissenen Augen sahen sie nach einer Stelle des Saals von der dumpfes Gestöhn und Geschrei herübertrang. »Was sehen Sie denn dort so Schreckliches?« fragte Hans, sich fest an die Hand seines Begleiters klammernd. Dieser seufzte schwer auf. »Sie sehen die armen Menschen, die Sie bei Lebzeiten gepeinigt und gematert haben. Die erscheinen Ihnen immer wieder und lassen Sie keine Ruhe finden. Aber komm, das ist nichts für dich.« Des Knabensherz quoll von Mitleid über. »Können Sie denn nie erlöst werden?« fragte er, während Sie sich zurückerwandten. »Das können Sie wohl«, sagte der Mann. »Sie haben Ihr Leben lang anderen Böses zugefügt. Wenn sich nun jemand fände, der immer nur daran dächte, anderen Freude zu bringen und der keinen ungetröstet dem Elend lassen könnte, selbst wenn es ein armer Missetäter wäre und er wüsste, dass es ihm sein eigenes Leben kostete, dann würden die armen Seelen erlöst und könnten zur Ruhe eingehen und der dürre Lindenbaum auf dem Berge würde von neuem Blätter und Blüten treiben. Bis jetzt hat sich aber noch niemand dazu gefunden,« setzte er trübe hinzu. Schweigend schritten sie über die Höfe und Treppen, durch Zimmer und Gänge, wieder dem Gemach des grauen Mannes zu. »Du musst nun zu deiner Mutter zurückkehren,« sagte dieser dort zu dem Knaben. »Erst aber sollst du dir ein Andenken unter meinen Sachen aussuchen.« Neugierig sah der Knabe zu, wie der Mann allerlei seltsamen Kram aus Fächern und Truhen herausnahm und vor ihm ausbreitete. »Es hat sich so mancherlei hier aufgehäuft. Da ist zum Beispiel ein Mützchen. Wenn du das aufsetzest, so kann niemand dich sehen, weil du unsichtbar bist. Und da ist eine Wünschelrote. Die zeigt dir, wo ein Schatz in der Erde verborgen ist. Da ist eine Flöte. Solange du auf der bläst, muss jeder tun, was du willst. Und da ist ein Mantel. Wenn du den umnimmst, so trägt er dich an jeden Ort, an den du dich hinwünschst. Und das hier? Er zog ein kleines kristallnes Fläschchen hervor. Das ist ein Wasser, das gegen Fremden Kummer hilft. Wenn man davon jemand heimlich einen Tropfen in die Speise oder den Trank mischt, so vergisst er all sein Leid und wird fröhlich und getrost. Die Augen des Knaben glänzten. »Gib mir das Fläschchen!« sagte er bittend. »Willst du nicht lieber die Wünschelrote oder die Wunderflöte?« »Nein, nein, gib mir das Wasser, das Fremden Kummer stillt!« bat der Knabe. Da flog ein wunderbares Leuchten über das verwitterte Gesicht des Mannes. »So nimm das Fläschchen. Und gebrauche es gut. Achte aber wohl darauf, dass du es nie ganz leerst.« »Gibst du den letzten Tropfen weg, so kostet es dich dein Leben.« Er hängte dem Knaben das Fläschchen an einer Schnur um den Hals. Leise fuhr er ihm dann über Stirn und Haar. Da ward der Knabe plötzlich so müde, dass ihm die Augen zufielen und er sanft einschlief. Als er erwachte, lag er wieder unter dem abgestorbenen Lindenbaum. Um ihn herum dufteten die Kräuter, die Libellen flogen schwirrend von Blüte zu Blüte und von dem nächsten Stein sah eine Eidechse mit klugen Augen zu ihm herüber. Hans sprang auf und sah sich um. Von der Öffnung, durch die er in den Berg gekommen, war nichts mehr zu erblicken. Ich das Rankenwerk wucherte an der Stelle. Hatte er geträumt? Da fühlte er etwas Hartes unter seinem Jäckchen. Er zog es hervor. Es war das Fläschchen. Sorglich verbarg er es wieder auf seiner Brust. Dann lief er, so schnell er konnte, zu seiner Mutter. Sie war eben erst aufgewacht, aber sie sah bekümmert und sorgenvoll aus. Ach, Herzenskind, was soll aus uns werden, wenn ich nicht bald wieder zu Kräften komme und arbeiten kann? Vergebens suchte Hans sie zu trösten. Warte nur, Mutter, rief er endlich. Jetzt koche ich dir ein gutes Süppchen, dann wird dir gleich besser zumute werden. Als er aber die Suppe für sie auf den Teller goss, da schüttete er heimlich einen Tropfen aus seinem Fläschchen hinein. Der Mutter bekümmertes Gesicht hältte sich auf, während sie aß. Ach, Kind, wie hat mich das erquickt, sagte sie, als sie gegessen hatte. Mir ist, als würde ich nun ganz gesund werden. Ich will auch nicht mehr klagen, sondern dem lieben Gott dafür danken, dass er mir dich, meinen Herzenstrost, gegeben hat. Aber nicht nur die Mutter, die bald wieder so gesund wie früher war, nannte Hans ihren Herzenstrost. Auch bei den Leuten im Dorf hieß er so. Wo immer jemand krank oder in Kummer und Leid war, da kam er und goss einen Tropfen aus seinem Fläschchen in den Becher des Armen, sodass dessen Herz wieder froh und leicht schlug. Die Leute aber, die von dem Fläschchen nichts wussten, meinten, es seien des Knaben gute Augen und seine mitleidigen Worte, die ihnen Trost gebracht. Zehn Jahre waren vergangen. Hans war zu einem großen, schlanken Knaben herangewachsen. Aber sein Antlitz blickte noch ebenso freundlich unter den blonden Locken hervor, wie zu der Zeit, da er noch ein kleiner Bub war. Es war zur Herbstzeit, als er eines Tages in den Wald ging, um ein heilkräftiges Kraut zu suchen. Denn der Sohn der Müllerin, den er oft gehütet, als er noch als kleines Kind in der Wiege lag, hatte sich den Arm durch einen Fallarkt zerschlagen, und Hans wollte ihm die Blätter auf die Wunde legen. Er musste lange nach dem Kraut suchen. Als er es endlich gefunden hatte, legte er sich unter einen Baum, um auszuruhen. Da hörte er, wie es plötzlich laut ward in dem stillen Wald um ihn herum. Pisthörner erklangen, Hundegebell und lauter Zuruf schallten durch die Büsche. Es fiel ihm ein, dass er im Dorf gehört, der König des Landes wolle in die Gegend kommen und hier mit seinem Gefolge jagen. Lauschend blieb er liegen, bis sich der Jagdlärm allmählich wieder in der Ferne verlor. Als er nun aber aufstand, um den Heimweg anzutreten, teilten sich die Büsche vor ihm, und ein stattlicher Jäger trat hervor. Ein grüner, reich mit Gold gestickter Rock umschloss seine hohe Gestalt. An dem Gürtel trug er ein mit köstlichen, diamanten besetztes Jagdmesser. Und um das Barrette auf seinem Haupt schlang sich ein goldener Reifen. Das Antlitz aber, das unter dem Goldreifen hervorblickte, war blass und traurig. »Kannst du mir eine Quelle zeigen?« fragte der Fremde. »Ich vergehe vor Durst.« Freudig lief der Knabe durch die Büsche voran bis zu dem Rand einer kleinen Schlucht, auf deren Grund eine Quelle sprudelte. Der Fremde reichte ihm seinen Becher, damit er ihn für ihn fülle. Hans kletterte behende in die Schlucht hinab. Als er aber zurückblickte und sah, wie der Fremde sich auf einen Stein gesetzt hatte und das Haupt in die Hand gestützt, traurig vor sich hinblickte, da überkam ihn heißes Mitleid und nachdem er den Becher gefüllt, goss er heimlich einen Tropfen aus seinem Fläschchen hinein. Der Fremde leerte den Becher mit durstigem Zug. »Ach, das hat wohl getan«, sagte er und sein eben noch so trübes Gesicht ward hell und froh. »Ich glaube, es sind deine freundlichen Augen, die mir die Last vom Herzen nehmen. Ich bin der König dieses Landes. Willst du mit mir ziehen in mein Königsschloss? So will ich dich halten wie mein Kind. Meine Mutter wird mich nicht von sich lassen«, stammelte der Knabe. »Höre mich zu ihr, ich will mit ihr sprechen«, sagte der König. und der Knabe führte ihn zu dem Häuschen seiner Mutter. Sie erschrak wohl, als sie hörte, dass der König ihren Herzenstrost haben wollte. Aber sie dachte, es könne zu seinem Glück sein und hieß ihn deshalb mit dem König gehen. Der König aber beschenkte sie reich, damit sie keine Not zu leiden brauche, während ihr Sohn fort sei. So kam Herzenstrost in das Königsschloss in der großen Stadt. Er staunte nicht wenig, als er die Seele voll Gold und Silbergeräte, voll köstlicher Spiegel und Gemälde sah. Er schlief in einem seidenen Bett und aß von goldenem Teller und hätte sich kein schöneres Leben wünschen können, wenn nur der König nicht gar so traurig gewesen wäre. Dem König aber war vor Jahresfrist seine herzensliebe Frau gestorben und kurze Zeit darauf hatte ihm der Tod auch seinen einzigen Sohn genommen. Seines Bruders Sohn aber, der nun Thronfolger war, hatte ein böses Herz und während er dem König gegenüber gleisnerische Freundlichkeit heuchelte, suchte er ihm hinter dem Rücken die Herzen seiner Untertanen abwendig zu machen. Das zierte am Leben des Königs. Wenn er aber einmal gar zu traurig war, dann schüttete ihm Herzenstrost einen Tropfen aus seinem Fläschchen in den Becher, so dass er sein Herzeleid für ein Thronfolger vertross es über die Maßen, dass der König den fremden Knaben lieber hatte als sie und sie taten alles, um ihn aus der Gunst des Königs zu verdrängen. Dieser aber glaubte den guten Augen seines Lieblings mehr als den Anschuldigungen der Höflinge und hatte ihn nur umso lieber, je mehr diese ihn anfeindeten. Nach einiger Zeit war der König sehr krank. Die Ärzte kamen alle Tage, aber ihre Mittel konnten dem Kranken nicht helfen. Herzenstrost wich Tag und Nacht nicht von ihm, und der König ließ sich von niemand anderem etwas reichen als zu meiner Frau und zu meinem Sohn und alles Leid hat ein Ende. Dann zog er einen kostbaren Ring vom Finger und steckte ihn dem Knaben an, damit er ihn zum Andenken an ihn trage. So, sagte er hierauf, nun fülle mir den Becher noch einmal, wie du es so oft getan, dann will ich schlafen. Als Herzenstrost aber einen Tropfen seines Fläschchens in den Becher schütten wollte, da zitterte seine Hand so, dass er den ganzen Inhalt vergoss und nur ein Tropfen in dem Fläschchen blieb. Als der König getrunken hatte, da zog ein seliges Lächeln über sein blasses Antlitz. Habe Dank, lispelte er dem Knaben zu, dann schlossen sich seine Augen und Herzens Trost fühlte wie die Hand, die in der seinen Rute erkaltete. Sein Klagegeschrei rief die Diener an das Bett, und als sie sahen, dass der König tot war, holten sie den Thronfolger und alle Räte herbei. Der Thronfolger frohlockte innerlich, dass er nun König sei. Aber er verbarg seine Freude und fragte streng, was den schnellen Tod des Königs herbeigeführt habe. Da trat einer der Diener auf und sagte, er habe gesehen, dass Herzens Trost dem König heimlich etwas in den Becher gegossen habe, bevor dieser gestorben sei. Und zwei andere bezeugten, dass sie schon früher gesehen, wie er dem König etwas in den Trank gemischt habe. Der Knabe hob seine Hände auf, um seine Unschuld zu beteuern. Da sahen sie den Ring des Königs an seinem Finger und sagten, nun sei es klar, dass er den König vergiftet habe, um dessen Kostbarkeiten an sich zu bringen. Und der Thronfolger befahl, dass man ihn in das Gefängnis werfe. Da lag er nun, der arme Herzens Trost, und meinte, es sei um ihn geschehen. Denn er wusste wohl, dass der neue König froh war, eine so schwere Anklage gegen ihn zu haben. Der Wärter aber, der Herzens Trost zu bewachen hatte, fühlte Mitleid mit ihm. Denn als sein Töchterchen krank lag, war Herzens Trost alle Tage gekommen und hatte es getröstet und freundlich mit ihm gespielt. Und so kam er in der Nacht und weckte Herzens Trost und führte ihn an den schlafenden Wärtern vorbei zu einem kleinen Türchen in der Schlossmauer. Dort drückte er ihm ein Bündel mit Lebensmitteln in die Hand. Das schickt dir mein Töchterchen, sagte er, und nun Lauf, wenn dir dein Leben lieb ist. Das ließ sich Herzens Trost nicht zweimal sagen. Er lief und lief die ganze Nacht hindurch. Und als der Morgen kam, da hatte er die Stadt und das Königsschloss weit hinter sich. Im dichten Wald ruhte er aus. Dann schritt er rüstig weiter. Anfänglich war König dachte und daran, wie übel es ihm selbst ergangen war. Je weiter er aber kam, desto freier und leichter fühlte er sich. Und endlich jubelte und sang er um die Wette mit den Lärchen. Sein Weg führte ihn an dem Schlossberg vorbei. Da fiel es ihm ein, hinauf zu steigen und Umschau zu halten, ob Eis wie damals. Auf den verfallenen Mauern lagen die Eidechsen und Sonnten sich. Die wilden Kräuter dufteten und nichts ließ sich hören als das leise Schwirren der Libellen, die von Blüte zu Blüte flogen. Der Lindenbaum stand so dürr und tot wie früher da. Aber von einer Öffnung in den Berg war nichts zu sehen, wie eifrig Herzens Trost auch danach forschte. Das Wandern in der Sonne hatte ihn müde gemacht. Er warf sich in das hohe Gras und ohne dass er selbst es wollte, schlief er ein. Da weckte ihn plötzlich wüster Lärm. Ein Trupp Kriegsknechte zog den Berg herauf. In ihrer Mitte führten sie einen Karren mit sich, auf dem ein gefangener Mann lag. Er war an Händen und Füßen gebunden und das Blut lief ihm über das Gesicht. Aber niemand kümmerte sich um seine Leiden, denn er war ein Missetäter, der einen Menschen im Raufhandel erschlagen hatte und nun in die Stadt gebracht ward, um dort gerichtet zu werden. In der Nähe des Knaben hielt der Zug. Die Kriegsknechte warfen sich auf den Boden und fingen an zu essen und zu trinken. Der Gefangene bat und jammerte um einen Tropfen Wasser, aber sie lachten nur zu seinem Flehen. Da kam ein großes Erbarmen in das Herz des Knaben. Er lief den Berg ein Stück abwärts bis zu einer Quelle und füllte das Trinkbecherchen, das er bei sich trug, mit dem kühlen Wasser. Gern hätte er einen Tropfen aus seinem Fläschchen hinzugegossen. Aber es war nur noch ein einziger Tropfen darin, und den durfte er ja nicht hergeben, wenn es ihm nicht das Leben kosten sollte. Als er aber jetzt vor dem Gebundenen stand und in sein angstverzerrtes Antlitz blickte und hörte, wie er um Erbarmen stöhnte, da erzitterte ihm das Herz vor Mitleid, so dass er vergaß, in welche Gefahr er sich selbst stürzte. Mit einem leisen in Gottes Namen goss er den letzten Tropfen seines Fläschchens in den Becher des Unglücklichen. In demselben Augenblick aber, da er den Becher dem Verschmachtenden an die Lippen setzte, erscholl ein furchtbarer Donnerschlag. Die Erde bebte, und der Sturm sauste um ihn herum. Die Kriegsknechte und der gebundene Mann waren verschwunden. Vor dem Knaben aber stand der graue Mann und sah ihn mit frohen Augen an. Du hast uns erlöst, hörte er ihn rufen. Hab Dank, hab vielen Dank. Dann verschwand er in einer Wolke. Dem Knaben vergingen die Sinne. Als er wieder zu sich kam, lag er im Gras wie vorher. Die Sonne schien warm auf ihn herab, und um ihn herum war alles still und einsam. Schon glaubte er, geträumt zu haben. Da hörte er ein leises Säuseln über sich. Er blickte auf. Der Vaterunser für die armen Seelen, die nun Ruhe gefunden. Dann lief er froh und glücklich dem Häuschen seiner Mutter zu. Und bald lag er in ihren Armen und mischte seine Freudentränen mit den ihrigen. Als sie sich ein wenig beruhigt hatten, setzte Hans sich mit der Mutter an das offene Fenster ihres Stübchens und erzählte ihr alles, was er erlebt hatte. Ich habe nichts für dich mitbringen können, schloss er seinen Bericht. Aber ich bin ja gesund und stark und du sollst sehen, Mutter, wie ich für dich arbeiten und dich auf den Händen tragen will. Da hörten sie plötzlich ein Rauschen in der Luft. Vom Schlossberg her kam ein großer Rabe mit raschem Flügelschlag gerade auf sie zu. Er hatte einen glänzenden Gegenstand in seinem Schnabel, den ließ er auf das Fensterbrett fallen. Dann schwang er sich wieder auf, aber nicht dem Schlossberg zu, sondern immer höher und höher, gerade zum Himmel hinauf, bis er in den leuchtenden Abendwolken verschwand. Was der Rabe Hans und seiner Mutter niedergelegt, das war ein funkelnder Diamant. Als Herzenstrost am anderen Tag in die Stadt ging und ihn verkaufte, da erhielt er so viel dafür, dass er ein schönes Gut im Dorf kaufen konnte. Dorthin führte er seine Mutter und lebte in Liebe und Freude mit ihr. Das Fläschchen mit den kummerstillenden Tropfen besaß er nicht mehr, das war verschwunden. Aber es musste wohl etwas von seiner Kraft auf ihn übergegangen sein. Wohin er kam, mit seinem freundlichen Lächeln und seinem guten warmen Herzen, da brachte er Trost und Segen mit sich. Und Herzenstrost ward er von seiner Mutter und allen Leuten genannt, solange er lebte. Lächeln